Sein Werkzeug ist die Schere. Sein Auftrag, der perfekte Haarschnitt. Der braucht Zeit, handwerkliches Geschick und Kreativität. Jérôme Kantners Leidenschaft gilt Männerfrisuren. In seinem Salon in Mainz kümmert er sich um Männerhaare und Bärte. Zunächst bereitet der Friseur sein Handwerkszeug vor. Die hochwertigen Scheren müssen immer top gepflegt sein. Kunde Alex kommt regelmäßig im Salon vorbei. Er vertraut auf den Rat seines Friseurs. Was darf ich denn heute tun für dich? Also die Seiten auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Oben bin ich mir sicher, dass es vielleicht ein bisschen länger bleiben soll. Und den Rat auf jeden Fall stutzt. Das heißt aber, wir dürfen wieder an den Seiten, wieder einen schönen Übergang reinschneiden, schön versorgen, dass es wieder schmal wird. Oben vom Deckhaar, wie du mir jetzt gesagt hast, lassen wir es länger. Ich gehe ein bisschen in die Frisur rein, dass ich ein bisschen Struktur mache, ein bisschen was ausnehme an der Fülle. Einen schmalen Hinterkopf, hält ihn auch wieder einen schönen Fasong. Achte darauf, dass ich den Wirbel nicht zu kurz mache, dass der nicht absteht. Und vom Bart her, ja, ich glaube, das ist halt. Ja, dass er nicht zu spitz wird. Also da gehen wir auch wieder die Seiten, machen wir die ein bisschen schneller und vorne wieder eine Rundung rein, dass das wieder passt und den Oberlipper auch dementsprechend wieder gut passt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum Waschbecken. Bitte schön. Kleinen Moment, du bekommst noch ein Haarntuch von mir. So, jetzt darfst du dich zurücklegen. Geht's für dich? Ja. Ja, sehr gut. Damit das Haar möglichst wenig strapaziert wird, sollte das Wasser lauwarm sein. So, Alex, ich nehme ein pH-neutrales Shampoo für deine Kopfhaut, damit deine Kopfhaut nicht gereizt wird, also gepflegt bleibt. Das Shampoo massiert er mit kreisenden Bewegungen in Haare und Kopfhaut ein. Okay. Auch das Ausspülen will gelernt sein. Das ist ein pH-neutrales Shampoo. 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 Durch das immer wieder durchziehen von meinen Fingern, höre ich dieses Quietschen. Und dann weiß ich, dass der Schaum, dass das Shampoo komplett ausgespült ist. 2007 hat sich Jerome Kantner den Traum vom eigenen Friseursalon verwirklicht. Er möchte Männern einen Rückzugsort bieten. So, du darfst schon mal wieder hinter auf den blauen Stuhl. Ich mache das Waschbecken noch sauber, dann bin ich bei dir. Den Haarschnitt hat der Friseur im Kopf. Alles verläuft nach einem Plan. Als allererstes wird sein Scheitel gezogen, weil sein Haarschnitt ist ein ganz klassischer Männerhaarschnitt. Er wird auf Scheitel geschnitten. Das bedeutet, in dieser Abteilung nachher ist es am längsten. Dementsprechend mache ich jetzt noch auf der anderen Seite, auf der gleichen Höhe, eine Hufeisenabteilung, dass ich die Seiten von dem Decker oben trenne. Das hat damit zu tun, von der Technik her, sein Decker bleibt nachher lang, dass ich erst die Seiten und zum Schluss den groben Kopf schneide. Bei uns in unserem Handwerk ist es ganz wichtig, dass wir unsere Techniken beherrschen. Auch wir haben einen Schnittplan im Kopf, wie ein Schreiner einen Plan hat, wie er ein Möbel baut. Genau das Gleiche haben wir das auch beim Haareschneiden. Zeit für den ersten Schnitt mit einer Haarschneidemaschine. Jerome Kantner beginnt an der breitesten Stelle des Kopfes. Und zwar seitlich, damit der Kunde sieht, wie kurz die Haare werden. Ich schneide jetzt mit meiner Maschine über den Kamm, schneide schon die Seiten, schneide mir jetzt schon schöne Übergänge rein, einen schönen Versorgung im Klassischen. Und da wird einfach in der Technik über den Kamm gearbeitet, frei Hand. In der Regel fängst du eigentlich in der Zone 2 an. Die Zone 1 ist hier unten, das kürzeste. Also das ist bei uns die Kontur, Zone 1. Zone 2, ich fange am breitesten Punkt an, das ist meistens am Ohr. Ich fange in der Mitte an, arbeite mich nach oben, nach unten graduiere ich. Graduation entsteht immer dann, wenn ich etwas schräg nach außen schneide. Nicht stumpf, sondern schräg. Das ist eine Graduation. Das heißt, meinen Kamm stelle ich nach außen und dementsprechend wird es graduiert. Dann gehe ich wieder hinter meinen Kunden, schaue einmal im Spiegel, ob das eine gerade Linie ergibt. Wenn die Vorderstattel, das erste Teil bis hinter Kante ober sauber geschnitten ist, dann gehe ich nach hinten. Hier bekomme ich meine Führungslinie. Hier hinten seht ihr, ist es zu lang. Das heißt, ich nehme vorne meine Führungslinie und schneide es nach hinten weg. Dementsprechend arbeite ich jetzt die Führungslinie nach hinten, auch einmal wieder nach unten. Auch wieder hier. Hier ist die Zone 1 natürlich viel breiter als hier. Hier gehe ich schon Freihand hin und hier graduiere ich den Übergang nach oben. Unten ansetzen, Kamm rausdrehen, hochgehen. Und sobald ich wieder in der Zone 2 bin, arbeite ich wieder gerade. Sobald man hinter das Ohr kommt, komme ich in die Kopfrundung. Hier habe ich es relativ gerade maskulin geschnitten. Ich möchte hier auch eine maskuline Form haben, aber ich muss mit in die Kopfrundung gehen. Deswegen suche ich mir immer hier meine Führungslinie und schneide mir das ab. Ein Kurzhaarschnitt ist eine handwerklich anspruchsvolle Aufgabe. Er fordert unterschiedliche Schneidetechniken und Werkzeuge. Das dauert seine Zeit. Wir kennen es alle, dass viele Kunden auch sagen, Mensch, kannst du mir doch mal schnell die Haare schneiden, die sind eh kurz. Ich kann es euch nur sagen, es ist so, dass ein Kurzhaarschnitt ist das, was am schwierigsten ist, weil du jeden Fehler siehst. Werkzeugwechsel. Also mit dem sogenannten Detailer, das ist eine Maschine, das kommt aus einem Amerikanischen, die sehr genau präzise schneidet, ist fast wie eine Rasur. Gehe ich zum Schluss nochmal an der Kontur entlang, dass sie wirklich sehr sauber, sehr clean wird. Genauso mache ich das auch unten im Nacken, gehe ich dann auch nochmal drüber, um wirklich auch jedes kleines Haar, was die große Maschine nicht kann, wegzunehmen. Die Haare auf der anderen Kopfseite schneidet er nun entsprechend. Jerome Kantner bietet neben Friseurdienstleistungen auch das klassische Barbierhandwerk rund um Rasur und Bark an. Ich benutze jetzt einmal meine Führungslinie, die ich hier vorne begonnen habe, in der Kopfrundung und gehe wieder gerade nach vorne, dass ich auf die gleiche Länge vorne rauskomme, wie ich sie auf der rechten Seite gemacht habe. Jetzt gehe ich unten in die Zone 1, lege meinen Kamm an den Kopf an und nehme das unterste weg. Umso weiter ich nach vorne komme, umso kleiner wird die Zone 1. Die Zone 1 ist hier ungefähr noch zum Schluss fingerbreit. Vorne an der Kontur lege ich den Kamm direkt auf und gehe ganz langsam fächern nach oben und drehe dabei den Kamm raus, um auch hier die Graduation zu erstellen. Jetzt nehme ich die Konturenmaschine, um in der Zone 1 die Konturen schön sauber hinzubekommen. Okay, das bedeutet für mich jetzt, technisch ist Zone 1 und 2 fertig geschnitten. Jetzt gehe ich an den Oberkopf, jetzt gehe ich an die sogenannte Zone 3. Jetzt wird erst nochmal der Hinterkopf vom Vorderkopf getrennt. Das ist immer sehr wichtig, weil jeder Mensch hat seinen Wirbel. Bei ihm ist sein Wirbel hier unten drunter, da ist sein Wirbel. Und von dem Wirbel aus wachsen die Haare kreisförmig. Das heißt, hier wachsen sie nach vorne, hier wachsen sie nach hinten. Und so geht es über den ganzen Kopf. Das Trennschmelz erstmal hat auch damit zu tun, durch diesen Wirbel hat das Haar natürlich eine höhere Sprungkraft. Das sieht man auch richtig schön, wie das hinten hoch geht. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, das zu separieren, dass ich das schön lang lasse, dass es nicht abschneidet. Ich nehme mal meine erste Schere. Es ist eine Blattschere mit einer sehr langen Schneider. Die ist 7 Zoll lang. Jetzt nehme ich mir das erste Passé. Das, was ich nicht brauche, kämme ich weg. Ich ziehe mir das jetzt runter auf meine Führungslinie. Meine Führungslinie ist immer das zuvor geschnittene. Das bedeutet Oberkante Zone 2. Das ist das hier unten drunter. Das, was ich vorher mit der Maschine geschnitten habe. Das verbinde ich jetzt. Und das verbinde ich mit einer Point-Technik. Das ist so ein bisschen wie so ein Sägezahn. Weil wenn ich das mache, umso weniger muss ich nachher den Übergängen soft ausarbeiten. Weil alles, was ich natürlich kerzengerade abschneide, siehst du nachher dementsprechend auch. Und deswegen arbeite ich das soft, dass auch hier schon der Übergang weich fällt. Beim Pointen setzt der Friseur an den Haarspitzen eine Zacken-Technik ein. Und wie ihr seht, ich gehe immer rein und beim Zumachen ziehe ich immer die Schere raus. Ich gehe rein und ziehe dabei raus. Das war der Hinterkopf. Jetzt kommen wir nebenan die Seite. Hier arbeite ich wie im Hinterbereich horizontal. Horizontal zu arbeiten bei den Haarschnitten bedeutet immer, dass ich in der Zone 3, die Zone 3 ist hier, wo die Kopfrundung ist vom Kopf, eine Masse behalte, dass das nicht weniger wird. Auch hier arbeite ich wieder mit einer Point-Technik. Darunter ist das zuvor geschnittene. Auf die Länge gehe ich, das nehme ich jetzt immer passé für passé, teile mir das immer wieder ab und ziehe es gerade raus. Was jetzt bei ihm passiert ist, er möchte hier ein langes Deckhaar. Das erste passé unten drunter habe ich in den Übergang geschnitten. Jetzt beim zweiten fange ich an zu überziehen. Ich werde jetzt nach vorne länger. Ich kippe also meinen Finger, ziehe ich hier nach vorne, wird vorne länger. Weil es gibt immer einen sogenannten technischen Übergang. Das ist das, was ich vorher geschnitten habe, von Zone 2 zu Zone 3, dass das technisch verbunden ist. Und jetzt mache ich eine optische Verbindung. Ich möchte nach vorne einen Längenaufbau haben. Für den Oberkopf nehme ich eine andere Schere. Es ist ein Damaststahl, auch handgefertigt. Also meine Scheren sind alle handgefertigt aus Japan. Die ist sehr soft vom Schneiden her und ist nochmal für mich persönlich in meiner Hand nochmal ein bisschen leichter, ein bisschen filigraner zum Oberkopf zu schneiden, weil ich dort auch nochmal viel mit Pointen und Sleißen arbeiten möchte. Ich nehme jetzt erstmal den kompletten Hinterkopf, was ich geschnitten habe. Das nehme ich mir einmal in die Finger, so weit wie es geht. Ziehe mir das nach oben und schneide es oben nicht gerade, sondern schon in dieser Form. Hier seht ihr es auch, hier ist es kürzer, hier drüben ist es länger. Ich ziehe mir das jetzt hoch und das arbeite ich auch in einer Point-Cut-Technik. Mit dem Pointen kann man verschiedene Effekte erreichen, Struktur erzielen oder einen weichen Übergang einarbeiten. Aber ich probiere immer diese Form hinzubekommen. Ich kann mal tiefer reinpointen, kürzer. Und ich nehme mir jetzt bei ihm einzelne Passés oben raus. Ich möchte, dass seine Front, also der vorderen Bereich, dass er nicht so schwer runterfällt. Dementsprechend slice ich ihm das. Das heißt, er bekommt kürzere Haare rein, die den sogenannten Support sind und die wird das lange Haar etwas nach oben drücken. Und zwar man slice immer von der Seite, wo man hin möchte. Also das heißt, ich drücke die nach hinten, von vorne nach hinten, weil ich möchte, dass sie hochstehen. Man nimmt die Schere, setzt hier unten an, öffne meine Schere, bestimme meinen Winkel und dann ziehe ich langsam durch. Was ich damit mache, ist, ich setze kurze Haare rein und die unterstützen mein langes Decker. Wenn ihr jetzt genau guckt, hier seht ihr die sogar, da kommen sie raus. Beim Slicen wird das Haar in einer diagonalen Linie geschnitten. Der Friseur schiebt die halb geöffnete Schere vom Haaransatz zur Haarspitze. So bekommt das Haar Halt und Volumen am Oberkopf. Beim nächsten Arbeitsschritt geht es schon um den Feinschliff. Ich nehme jetzt eine Wattelhierschere. Die ist einseitig gezackt, andere Seite ist gerade, ist ein Blatt. Gezackt für Übergänge zu schneiden. Das, was noch überschüssig ist, erfüliere ich jetzt. Und ich gehe nur über die Spitzen. Die gezackte Klinge sorgt dafür, dass nur einzelne Haare gekürzt werden. Da arbeite ich mich jetzt bis zum Mittag. Dann wechsle ich die Schere. Mit der Effiliertechnik gestaltet der Friseur die Übergänge weicher. Jetzt nehme ich meine andere Effilierschere, die rund gezahnt ist. Und da kann ich euch nochmal die Besonderheit erklären vom Schneiden her bei mir. Das ist eine Schere, eine Modellierschere. Die hat zwei Schrauben hinten, um die Finger aufzulegen. Die kann ich beidseitig benutzen. Weil für beide Seiten ist eine Fingerauflage drauf. Wenn du die Schere so hältst, dass die Zahnung unten ist, wird es weicher von den Übergängen. Und mit der, die hat nur eine Seite, das seht ihr, da ist die Zahnung oben. Die gerade gezahnt ist, nimmt mehr Haare raus, mehr Fülle, als sie die rund ist. Und hier gehe ich jetzt auch wirklich nur noch über die Spitzen ganz dezent drüber. Die nimmt man auch fast nichts mehr weg. Und das sollte man auch machen, wenn das Haar schon fast trocken ist. Weil wenn das Haar noch nass ist, klebt das so zusammen. Und ich muss ja jetzt ganz genau sehen können, wo sind meine Schwartierungen, wo ist das Haar so noch dicker, wo ist ein Balken drin. Dass ich mir das punktuell rausnehme. Handwerk gepaart mit Kreativität. Für Jerome Kantner macht das den Reiz an seinem Beruf aus. Das war erst mal sein Haarschnitt. Jetzt kommt der Bart unters Messer. Der Friseur hat die Barthaare gereinigt und trocknet sie. Notwendige Vorbereitungen für den Schnitt. Erst habe ich geföhnt. Das heißt, ich habe die Form für mich erstellt. Durch den Bart kannst du eine Gesichtsform extremst verändern. Ich schneide bei ihm jetzt erst mal den Übergang von dem kurzen von seinen Haaren in den Bart. Auch hier beginne ich wieder an der breitesten Stelle des Kopfes. Das ist hier. Das ist das erste, was ich schneide. Das, was ich oben gemacht habe, Kontur kurz, nach oben länger werden, mache ich genau das gleiche hier, nur umgedreht, dass ich mit dem kurzen Anfang und gehe mit dem Kamm, wie ihr seht, ganz langsam raus, dass er länger wird. Das ist ein schöner Übergang rein schneiden. Wenn ich das gemacht habe und die breiteste Stelle ist so kurz oder so lang, wie ich sie haben möchte, gehe ich in das freihändiger und gehe nach unten. Die Haarschneidemaschine hält er in beiden Händen. Warum eigentlich? Dass ich eine gerade Form hinbekomme, das ist für mich wirklich wichtig. Deswegen nehme ich die auch mit beiden Händen. Das ist eine Gewohnheit von mir, dass ich halt wirklich ganz ruhig und präzise den Winkel, den ich oben angefangen habe, auch nach unten durchziehe. Und die Betonung beim Bart, egal ob er kurz oder lang ist, außer er ist gleichmäßig auf drei Millimeter runterrasiert, hast du immer die Betonung von auch dem Kinn. Das Kinn ist immer das Massive, das, was am meisten zum Schluss wahrgenommen wird. Wichtig ist, dass die Proportionen stimmen. Bartform und Gesichtsform müssen zueinander passen. Der Friseur hat den Anspruch, seinem Kunden den perfekten Bart zu formen. Ich finde immer noch, dass ein Bart für mich persönlich ein Ticken schwieriger ist, weil du halt komplett freihand arbeitest. So, jetzt habe ich beide Seiten. Jetzt würde ich unten an die Länge bei Ihnen gehen. Werte liegen voll im Trend. Der Fachmann findet den passenden Style, der zum Typ passt. Ich persönlich schneide das jetzt gerade. Das hat aber nur damit zu tun, wenn du den Kopf nach hinten nimmst, dann schneide ich das relativ gerade. und wenn ich den Kopf nach unten senke, bin ich automatisch länger nach vorne. Diese Schräge, die ich jetzt schneide, das heißt, nach hinten wird der Kürzer nach vorne und wird er länger. Auch die Schräge schneidet Jerome Kantner freihand. Die Konturen geben dem Bart seine Form und definieren das Gesicht. Das, was ich jetzt mache mit der großen Maschine, ist quasi wie ein Vorschneider. Ich tausche dann gleich nochmal die Maschinen. Mit der Konturenmaschine gehe ich auch bei ihm jetzt hier über die Konturen. Das Einzige, was ich bei ihm mache, sind wirklich nur so die feinen Härchen weg, weil er hat eine sehr schöne Form, eine sehr schöne natürliche Form. Aber genau das Gleiche mache ich jetzt nochmal drüben. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe ihn einmal runter, also gerade runter geschnitten, einmal von der Richtung unten, die gerade Linie, von oben gerade, von unten gerade, entsteht mir hier natürlich eine Kante. Und diese Kante nehme ich jetzt wieder freihand mit der Maschine weg. Auch auf der Seite mit der Oberlippe gehe ich auch mit dem Kamm rein, gratuliere den, ziehe den hier unten ein Stückchen raus und ihr seht, wie ich hier mit dem Kamm einfach mitgehe. Dementsprechend passiert mir das nicht, dass ich die lange wegnehme. Dann gehe ich etwas näher, gradiere das nochmal. Die letzten Schnitte. Kopfhaar und Barthaar haben die perfekte Form. Der Kunde ist bereit für das Styling. So, was magst du denn in deinem Barthaar? Magst du Öl oder magst du ein Ball? Ich mag Öl. Das Stylingprodukt ist gleichzeitig Badpflege und Wellnessanwendung für den Mann. Immer wichtig, das Öl schön verreiben. Nochmal unter die Nase halten, dass er nochmal dran riechen kann. Ich finde das immer ganz wichtig, weil auch wir Männer sind Geruchsmenschen. Und ein Öl ist immer pflegend für die Haut und für die Haare. Auf die Haare mache ich dir heute eine wasserlösliche Pomade. Eine klassische Pomade früher war immer fettbasierend. Es gibt heute noch fettbasierende. Nur die meisten Männer wollen alle den Look haben, einer Pomade. Aber, dass sie wasserlöslich ist. Weil damit zerteile ich, durch das Föhn, zerteile ich die Pomade nochmal ein bisschen besser im Haar. Würde ich jetzt, würde ich nur ohne das direkt kämmen, wäre das zu fest. Und durch die Hitze wird es nochmal ein bisschen weich. Und da kann ich es ein bisschen besser verteilen. Ein letzter prüfender Blick des Friseurs. Jérôme Kantner hat mit seiner Handwerkskunst dem Kunden einen coolen neuen Style verpasst. Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt es. Die Frisur sitzt und der Bart ist perfekt getrennt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. und da ist ja sechs Uhr. Und der App zu dann traurig sind. Jérôme Kantner und der Riesur mit seiner Handwerkskaft und dem